Hey Marcel, du bist ja wie ich ein großer Freund von Sprachnachrichten und ich mache es, wie es das Protokoll verlangt, irgendwie nebenbei, sodass die eigentliche Information sehr lange braucht, aber ich habe letztens entdeckt, wenn man bei der Sprachnachricht da rechts daneben klickt, da kann man das schneller machen. Also eigentlich wollte ich nur sagen, ich habe den fliegenden Robert jetzt fast so und da müssen wir mal Probe machen. Sag mal wann. So, und ich schicke, ich habe es mal eben aufgenommen, damit ich es nicht wieder vergesse, da ist ein Verkacker mit bei, aber den kannst du ja rausblenden dann. Aber als Video, weil ich ja weiß, dass du mich so gern siehst. Äh, Küsschen aufs Nüsschen. Äh, nicht wundern, das Klicken ist von meinen Fingernägeln. Fliegender Robert und Anfang Fred mit Hüttenwürfel. Wenn der Regen niederbraust, wenn der Sturm das Feld durchsaust, bleiben Mädchen oder ganz schön. So ganz endlich. Und jetzt noch mal Fred, aber eine andere Melodie. Da Da'ta Not TP Da 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 da, da 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 da, da 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 da. In der Regen, jeder Braust, in der Sturm, das Weltdurchsausbleiben, Mädchen oder auch Buben, libst daheim in ihren Stuben. End so on, end so on, end so on.